Die Geschichte von Violetta geht weiter und wir können es kaum abwarten. Endlich! Hier 10 Infos für euch über das große Film-Highlight Teenie, Violettas Zukunft. Nummer 1. Der Film wurde in verschiedenen Ländern gedreht, doch der Hauptdrehort war Sizilien in Italien. Wow, ein magischer Ort. Dorthin müsst ihr fliegen, wenn ihr diese wunderschönen Locations persönlich sehen wollt. Nummer 2. Die Geschichte soll im Sommer stattfinden, aber der Film wurde im Winter gedreht. Das machte die Szenen im Wasser besonders schwierig. Man muss eben spielen, dass es brütend heiß ist. Was einfach super ist, wenn man aus dem Wasser kommt. Oh, ist es heiß. Ja, ehrlich. Hier herrscht eine Affen-Hitzeschlotter. Nummer 3. Violetta trifft viele neue Freunde auf ihrer Reise. Stimmt was nicht. Aber nicht alle Charaktere sind neu. Hey, sieh Lut. Ludmilla, Hermann, Angie und natürlich Leon spielen immer noch eine große Rolle in Violettas Leben. Guten Morgen. Hallo. Was ist mit dir los? Ich weiß nicht. Nummer 4. Am Anfang des Films ist die Leonetta-Beziehung etwas wackelig. Wir nehmen an, du weißt von der Beziehung zwischen Leon und Melanie Sanchez. Und wer ist die Person, die zwischen sie kommt? Wir sind mehr als nur Freunde. Sophia Carson. Ihr kennt sie natürlich als Evie aus Descendants, die nachkommen. Ciao. Nummer 5. Apropos Gastauftritt. Saul. Ein zweites bekanntes Gesicht ist Leonardo. Er spielt im Film Saul, aber ihr kennt ihn bestimmt als Alex aus Alex und Co. Ciao, ragazzi. Nummer 6. Also, wir mögen Caio nicht, weil er zwischen Leonetta kommt. Das ist klar. Ich möchte dich am Sonntag in mein Dorf einladen. Aber der Schauspieler, der diese Rolle spielt, Adrian Salcedo, scheint super nett zu sein. Es ist so schwer, ihn nicht zu mögen. Nummer 7. Es gibt eine sehr spannende Szene im Film, die nicht einfach zu drehen war. Aber das erzählt euch Jorge selbst. Pasaron muchas cosas. Anecdotas, cosas divertidas, cosas interessantes. Una muy interesante es, como se hizo la escena del rescate, de cuando Violetta va a buscar a Leon a la isla. Y hay efectos especiales, lo tuvimos que hacer. Parte se filmó en el mar y de otra parte se filmó en una enorme piscina, Donde metieron cosas para simular las olas, metieron rocas, metieron el velero a la alberca. Y había un green screen enorme y parecía una escena de acción. Muchas cosas técnicas, muy divertido. Nummer 8. Wenn Ludmilla involviert ist, sind die Szene immer irgendwie lustig. Oder Jorge? Primera anécdota es que Mechi no sabe manejar. Y ella tenía que manejar. Entonces terminaron, tenían amarrado el coche a una pick-up enfrente de nosotros. Y lo único que teníamos que hacer, yo quitaba el freno de mano y la pick-up nos jalaba. Y ella simulaba que manejaba, pero no manejaba. ¿Wan hast du das letzte Mal getankt? Das ist ein italienisches Cabrio Lion, muss man die Ecke auch auftanken. Nummer 9. Nicht nur Ludmilla ist problematisch. Es gab größere Diven am Set. Schafe. Durante la escena, cuando vamos pasando con el coche, hay un pastor con sus tres ovejas que pasa corriendo. Bueno, en una de las escenas, las ovejas se escaparon. Y tuvimos que esperar a ver, dónde encontraron a las pobres ovejas que estaban por ahí en la montaña. Y al final las encontraron. Pero era muy gracioso pensar el hecho que estamos parando porque tres ovejas escaparon. Nummer 10. Es gibt mehrere schöne Songs im Film. Drei Songs von Teenie, einer von Jorge Und ein schönes Duet von den beiden. Aunque me las tinies, en mis sueños vives, las estrellas brillan cuando me sonríes. Das war's. Seid ihr auf den Film gespannt? Wenn ja, vergesst nicht, Daumen hoch zu klicken. Teenie, Violettas Zukunft. Am 24. März, 20.15 Uhr. Und Disney Channel.